Ich bin unterwegs! Lass uns hier über den Hügel gehen, also... Ich bin aufm Weg! Einen da aneinander! Ja, wa... Oh, Alter! Wohin denn meine Arten sind so... Ich schwöre wie der geschrien hat, der Katja war so gepisst, Alter! Du Hurensohn! Oh, ich hab einer Lust! Ich hab einer Lust! Ich hab einer Lust! Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten ist der Andere! Da hinten ist der Andere! Da hinten ist der Andere! Der... Jawohl! Der Mensch steht dran, wer noch! Da! Feindliche Drohne über uns! Kannst du mich holen? Alles in Ordnung! Es ist alles in Ordnung! Das war nach Flo, wir haben Bohler Nummer! Guck mal, wenn du aggressiv wirst, Digger, dann... Feind! Da war noch einer! Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut! Granate rein und hinterher! Jaaah! 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 ich muss wieder runter brauche luft nahe unterstützung für dieses ziel er war gerade einschlag ein erfolg naja dann außen ist eine außen außen ist eine robline an der seite da wo ich gerade hinlaufe oben mc wo wolltest du wo wolltest du mc ich fliege zu unserem ziel also zu ich sehe das objekt ich kann mich da wieder aufstellen bilder typisch verarschen warum landet jetzt einer bei mir bitteschön da unten ist einer mit dem ballon kriegen wir nicht alles gleichzeitig weg leider aber es ist explodiert in der sekunde warum treffe ich denn die nicht mit deiner mina stelle erwischt schluck feindliche drohne über uns gala vor die wird ein auftrag gemacht aktivität rücke vor feind erledigt die ja ich habe ihn gesehen wenn du willst kannst du dir nimm dir eine mp dann kannst du von mir aus das sturmgewehr hier in Ordnung in Ordnung ist er gegangen ja er ist bei mir er ist hinter mir ist direkt hinter mir die schrubflinte die explosion macht und so ja draußen flot draußen hier links flot draußen links draußen links bei mir die straße runter feindlicher clusterschlag im anflug hintergum jeder der mich abknallt ist grundsätzlich ein cheater ne jetzt ich glaube wie er mich abgeknallt hat ganz ehrlich da sitzt einer drauf knallt ne ne nein halt feindliche drohne über uns markiere ziele feuer freigegeben hier striker 3 1 Alles klar, Luftschlag im Anflug. Pieter, auf wen schießt du? Gar keinen. Was ist auf Pieter, auf wen schießt du? Ja, du bist... Ist umgekommen, ist umgekommen! Ah! Schug, 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 schug! Er kommt zu mir, er kommt zu mir, er kommt zu mir! Beide liegen! Er liegt! Er ist jetzt hoch! Er ist jetzt hoch! Jawoll! Jasgar's caught! Big guy nice! Nice! Ich hab, ich guck mal kurz da oben, dass da jetzt keiner kommt. ich bin oben, 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 das Gas weitet sich aus, Sicherheitszone verlegt. Verbündeter Clusterschlag nähert sich. Ok, dann guck ich. Ich behalte das Fahrzeug im... Ok. Oh, unten an der Ecke, unten an der Ecke, da hinten an der Ecke. Unten aber. Der versucht's, hart versucht der. Was sagt der Scanner? Da kommt ein Fahrzeug. Ich kann ihn grad nicht machen, ich muss Platten anlegen. Ich seh ihn auch nicht über den Scanner an, aber da ist einer. Der ist direkt da unten gewesen. Und bei uns über den Hügeln auf der anderen Seite ist einer. Bei uns auf dem Dächern. Da ist einer. Ach, Digga, das... Ich... 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 Ich muss erst bei MC helfen. Ja, Flo ist vorhin runtergesprungen. So. Äh, auf unserem hinteren Dach ist einer, aber der kann uns jetzt erstmal nichts tun. Aber die vielleicht mit dem Heli könnten uns was tun. Nicht auf den Typen mit Heli schießen. Ja, ja, lass uns nicht gegenseitig beschießen, da. Jawoll. Jetzt können wir auf dem Schießen. Einer ist tot. Der andere... Oh, loll. Der andere hat mich erwischt. Was war denn das? Warte, 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 warte. Bleib, 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 bleib. Kontakt! Naja, die sind mal rum. Scheiße, bist du wieder gelandet? Oder was? Bin auf dem Weg, Flo, bin auf dem Weg. Wenn nicht, dann verschanzt die erstmal. So, dann. Na, den... Okay. Markiere Ziele! Feuer frei gegen ihn! Stryker 3er! Alles klar! Luftschlag gewandt! Warte! 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 Feind! Miss regard my life! Deck der in der linke Flanke. Wahrscheinlich ist jetzt wer ein Instant tot. Oder er überlebt sich selber wieder. Ja. Stimmt, ich habe ja noch Selbstbedürfung. Okay. Okay, hast du Platten, hast du Platten? Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Oh, und wir müssen move'n. Oh, das ist doch undankbar. Aktivität! Das Gas kommt! Ist ein langer Weg bis zur Sicherheitszone. Gehen wir! Äh, links von mir hoch zu deiner. Kontakt! Haltet ihr den Rücken frei! Äh, ich muss Platten anlegen. Ich muss Platten anlegen. Leg Platten an! Leg doch mal Platten an! Du Keck! Äh, leg keine Platten an! Ah, war ich nicht in der... Ah, ich bin nicht in der Raum. Deswegen... Leg Platten an! Leg Platten an! Leg Platten an! Leg Platten an! Noch vier Ziele übrig! Gut gemacht! Die sind noch fünf! Wo kommen die denn alle her? Kommst du dir rein? Ich hab immer noch meine... ...Gasmaske auf. Er nimmt die Gasmaske nicht ab. Jetzt ist nur noch zwei gegen zwei. Das Gas nähert sich hier! Das ist ein langer Weg bis zur Sicherheitszone. Gehen wir! Dicke, ich seh'n nicht. Seh'n nicht. Ich seh'n nicht, wo er ist. Und er hat... Er sitzt... Er liegt von mir! Einer ist K.O.S. Pushen! Dicke, jetzt müssen wir pushen! Ich hab' seinen Kumpel erwischt! Ja, nice! Nicht schlecht! Schlechte Runde! Schlechte Runde! Wenn der Fluss sagt, schlechte Runde dann! Nice! Der war gut! Schlechte Runde! Ja! Das meistgesuchte Ziel wurde eliminiert! Aber was... Was ist... Was... Was... Hä? Was ist die Idee dahinter? Ja, ja. Was ist schade. Den Hacker ist ja teuer! Ich... Ich... Der war nicht alleine! Oh, Digga! Du hast nicht mal... Ich... 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 Du schaffst das! Die... Ich... Ich... ... Jawohl! Ah, er hätte vielleicht noch Cash gehabt... Das Gas verbreitet sich! Schnell in die neue Sicherheitszone! Darfst du mich dir jetzt zu weit? Da schießt ein Raketenwerfer, da schießt ein Raketenwerfer vom Hubschrauber. Irgendwo vom Stadion aus. Rechts unten. Oder Feuerstation. Kopfschuss. Eliminiert. Rechts, 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 rechts! Oh, shit! Shit, shit, shit! Mach ich in Position. Von mir aus, jetzt! Cheers, Strike Team! Bitches! Was für ein Boss-Move war das, Alter! Hol mal eine Drohne, ne? Verbündete Truppen! Ach guck mal, hier liegen welche! Digga, hier liegen zwei! Siehst du die? Wollen wir die holen, gleichzeitig? In den rechten. Ah, er hat mich geholt? Der ist schon mehr als einer Gute. Du musst spiel safe. Ich guck grad, wo der ist. Das Gas kommt näher! Neue Sicherheitszone wird markiert! Da ist nur noch einer Flucht. Keine Sorge schafft dich! Wollen wir sie sehen, ne? Ja, ja. Das Gas kommt! In den Rechten! Ich bin auf dem Weg, bin auf dem Weg! Ich bin gleich da Kannst du mir ungefähr in die Richtung machieren? Ich bin gleich da Ich bin gleich da Nein, ich bin gleich da Ich wurde doch gerade beschossen Ey Taschen vorbereitet, Vogel bereit für Einzahlung Auf Traschen abgeschlossen, deine Bezahlung wurde gelegt Ich hab ne Snipe-Alice bekommen Shish, Malaku Bam, Baby, und 5 Riesen hat sich das nicht Guck mal, wie viel Cache wir haben Denn der Bratan bleibt der gleiche Ja, ich komm nochmal ran Oh, shit, Digga, ich wurde geschaut Ah, von wo? Er springt runter, er springt runter, er springt runter Digga, ich springt runter Ich kann einen Cluster drauf holen Ah, der kommt raus, der kommt raus, der kommt raus Abflug, hinterher kommt Ah, egal, Zuno-Tour ab, Digga Du hast Cache, du kannst dich wieder in Digga, riskierst nicht Ohhhh Ja, wie gesagt, riskierst nicht, Zuno-Tour mich wieder Der andere kommt, der andere kommt, der andere kommt Der ist runter gesprungen, der landet an der rechten Ladenzeile Ja, da hast du dich hin Ja, jawoll Jawoll, jawoll So Oh, was, der nächste Komm auf Komm direkt unter, zwei Mann Einer ist tot 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 5 3 199 2 2 1 2 3 3 4 3 Das ist doch möglich. Nice. Das ist cool. Ich und ein Typ machen gerade unsere Chemex gegeneinander, weil wir jetzt nicht die, die sich töten könnten. Und der ist voll in Schwert drauf.